Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir ein bisschen was für die Arme. Ganz einfache Übung. Jetzt habe ich gedacht, wir nehmen heute eine Wasserflasche, aber ich habe nur kleine Wasserflaschen da. Aus dem Grund nehme ich heute Milchpakete. Das geht genauso gut und wenn die mal aus der Hand rutschen und runterfallen, dann passiert da auch nicht gleich unbedingt was. So, dann setz dich aufrecht hin. Du solltest nicht zu tief sitzen. Ich sitze jetzt hier auf einem Sofa, aber das hat ungefähr die Höhe von einem normalen Stuhl und das haut dann ganz gut hin. Also setz dich auf einen Stuhl oder Hocker oder wenn du auch so ein hohes Ufer hast, dann natürlich Kernaumproblem aufs Sofa. Zieh deine Kopfkrone zur Decke, Schulter nach hinten tief und dann nimm die Arme in die U-Halte. Hier wollen wir beginnen und dann schieben wir die Arme jetzt lang nach oben. Also ich habe jetzt hier einen Liter, so ungefähr ein Kilo, das ist nicht allzu viel. Du kannst dir natürlich auch gerne Wasserflaschen nehmen, wenn du welche hast. Ich hatte da so an anderthalb Liter gedacht, aber das machst du, wie es für dich passt. Genauso geht es natürlich auch in die andere Richtung, wenn du nur kleinere Flaschen zur Verfügung hast und das reicht dir oder wenn du merkst, du schaffst nicht so viel, nimmst du ein bisschen weniger Gewicht. Wenn du Handeln hast, dann natürlich diese. So, komm, wir gehen noch zehnmal nach oben. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Dann streck deine Arme lang nach außen und beuge die Gewichte zu dir, zu den Ohren heran. Lass dabei deinen Ellenbogen ungefähr auf Schulterhöhe. Sehr gut. Beugen und strecken und auch hier nochmal zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Bleib hier außen mit den langgestreckten Armen und dreh mal deine Gewichte nach unten zum Boden und wieder nach oben zur Decke. Genau so, noch zehnmal nach oben drehen, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Lösen sie erstmal, entspannen mal kurz. Wir wechseln die Ausgangspositionen und zwar wollen wir uns hinstellen. Du nimmst jetzt erstmal die linke Hand und das linke Knie auf deinen Stuhl oder Hocker. Und zwar stützt du dich also mit links, linkes Knie, linke Hand, lässt dann den rechten Arm lang nach vorne hängen. So, und dann ziehen wir den langgestreckten Armen nach hinten Richtung Decke nach oben. Ich versuche mal, ob ich hier beide greifen kann. Ach, das wird schade. Lang nach hinten anheben. Hoch und tief. So, noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bleibe hier und öffne jetzt nach außen hoch Richtung Decke nach außen in einem großen Bogen den Arm langgestreckt anheben, nach vorne lösen. Zehn, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, letzten drei Wiederholungen. So, du hast es fast geschafft. So, und hier wechseln wir erstmal auf die andere Seite. Genauso erstmal rechtes Knie, rechte Hand aufsetzen. Stehst du bequem, dann fangen wir an mit dem linken Arm lang nach hinten anheben, langgestreckt hochheben und lösen. Sehr gut. Und los geht's. Zehn, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Der letzte bleibe hier, erinnere dich, wir gehen nach außen hoch und lösen. Auf, ab, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und ein letztes Mal. So, dann setz dich erst einmal wieder, mach's dir bequem. Wir nehmen jetzt beide Gewichte wieder, eins in die rechte, eins in die linke Hand und dann drücken wir die so ein bisschen aneinander. Wenn du Flaschen hast, dann haben die meist mit dich so eine kleine Wölbung, dann kannst du die auch gerne über Kreuz halten. Schieb dann deine Arme lang nach oben über Kopf und beuge deine Arme ein, wobei du die Ellenbogen nach innen, also zum Kopf zueinander ziehst. Und dann strecke und beuge deine Arme. Dabei sollten deine Ellenbogen durchgehend zur Decke nach oben zeigen, wenn du sie beugst, die Arme. Ein- und ausatmen, lang beugen. So, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und ein letztes Mal. Löse, nimm die Handeln auseinander oder die Gewichte und beuge. Hier erstmal ganz klein, kleine Bewegung. Gehe soweit tief, wie dir das möglich ist, hinsitzen. Und Achtung, wir gehen tief, halten hier, machen kleine Federbewegungen. Genauso, das sieht gut aus. Komm. So, genug, wir haben uns damit aufgewärmt. Rutsch nach vorne an die Kante deines Stuhls, streck die Arme lang, dreh die Daumen nach außen und beuge hier nochmal im Großen. Also eine große Bewegung, ganz nach oben und die Arme lang nach unten durchstrecken, wieder durchdrücken. So, auch hier nochmal. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Dreh deine Handrücken nach vorne und hebe jetzt im Wechsel die Arme. Komm lang nach oben, ungefähr auf Augenhöhe. So, sieht das gut aus. Okay, und los geht's. Zehn. Ich zähle jetzt hier mit nur einer Seite. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. So, vergiss hier nicht den letzten und dann kannst du dich erstmal wieder zurücksetzen. Für die nächste Übung, was auch die letzte ist, gehen wir uns mal so ein bisschen in die Rückenmuskulatur. Dafür lehnst du dich gleich nach vorne. Leg dich nicht rund auf deine Oberschenkel. Zieh die Böbelsäule ganz bewusst in die Länge. Lehn dann den Bauchnabel zu deinem Oberschenkel vor. Streck deine Arme hier mal lang vor deinem Stuhl aus. Und dann zieh die Schultern zurück Richtung deiner Hosentaschen. Die Halswirbelsäule hältst du in Verlängerung deines Rücken. Und dann hebe deine lang gestreckten Arme nach außen an. Auf und ab. Auf, ab. Zehn, neun, acht, sieben. Vergiss die Atmung nicht. Atme aus, ein. Hälfte hast du. Noch vier, drei, zwei und ein letztes Mal. Sehr gut. Löse. Wunderbar. Sehr schön. Wenn du das Ganze jetzt nochmal wiederholst, sollte das reichen. Trink kurz was, mach eine kleine Pause und beginne dann deine zweite Runde. Ich verabschiede mich schon mal ins Wochenende. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns hier am Montag gesund und fit wieder. Bis dahin. Ciao.